Hallo mein Name ist Nina, das ist mein Pferd Bandi und ich erkläre euch heute den Sattel Valencia Light. Unser Valencia Light wird aus bestem deutschen Leder gefertigt. Bei der shorte Version haben wir charakteristisch das kürzere Blatt und die etwas kleinere Sitzfläche mit 31-32 cm in etwa. Ideal für kleinere Reiter und kompaktere Pferde. Was ist noch wichtig bei unseren Lederbaumsätteln? Ganz wichtig natürlich die flexible Kammer vorne. Das heißt der Sattel passt sich in der Kammer mit dem Reiten an das Pferd optimal an, sowie der gesamte Lederbaum. Der Sattel hat natürlich eine offene Steigbügelaufhängung, eine sogenannte E-Buccle Aufhängung und wir sehen auch hier unter dem Blatt ganz deutlich unser altbewertes 3-Punkt-Gurtsystem, welches den Sattel optimal am Pferderücken hält. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018